Ich habe einen Wiesenherzteppich für meinen Papa zum Geburtstag gemacht und ich war echt so kurz davor, ihn wegzuschmeißen. Diesmal ist einfach alles perfekt gelaufen, außer eine kleine Sache. Und die hat für mich leider alles kaputt gemacht. Also vom Tafting her war ich noch nie so gut. Es ist kein einziges Loch entstanden. Aber die Schrift ist einfach falsch rum und da kann man leider nichts mehr fixen. Aber ich habe leider keine Zeit, einen neuen zu machen, weil er morgen schon Geburtstag hat. Deswegen habe ich ihn jetzt schnell geklebt und werde ihn morgen noch schneiden. Wenn ihr das Video seht, habe ich gerade einen richtig wichtigen Termin. Also drückt mir bitte alle die Daumen. Wenn alles klappt, sage ich euch Bescheid, um was es geht.